Guten Morgen, Rotkäppchen. Guten Morgen, Rotkäppchen. Was fragst du im Haus? Ein Schädchen und deine Flasche und eine Großmutter. Wo wurden deine Großmutter? In einem Haus im Wald. In einem Haus im Wald. Ich bin so froh, dich heute zu sehen. Ich scheine für dich, Rotkäppchen. Los, gewaltig! Ich scheine für dich, Rotkäppchen. Ich scheine für dich, Rotkäppchen. Du, gewaltig! Und eine Wow-TCO-Chöffchen. Oh, Christoph, der Hatte ihm nicht.